Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Gut, machen wir direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Gut. Okay, wenn ich sie anspreche, beginnt die Mission. So verstehe ich das jetzt richtig. Das heißt, haben wir Zeit zu erkunden? Das ist die Frage. Oder sind wir noch im Tutorial? Was ist das hier? War der Legende? Nicht verfolge Quest. Questziel. Ziel auffinden. Entdeckte Orte hast du. Bruderschaftshaus. Bekannter Aufenthaltsort. Synchronisierter Aussichtspunkt. Aussichtspunkt. Okay. Davies Laden. Buchsalm. Historische Städte. Und das nur für Erkundung. Geschichte aus Bagdad. Rätsel. Rätselhafte Scherben. Verlorenes Buch. Ausrüstungstruhen. Und Dienste. Kartenmacher. Gelegenheiten. Söldner. Musiker. Händler. Gugel. Munadi. Die. Geheime Eingang. Oh, ist das so wie bei Assassin's Creed die Tunnel? Sonstiges. Okay. Codex was freigestellt. Was haben wir denn? Der Attentat. Das ist klar. Verschwinden. Versichtkontakt. Blablabla. Entdeckung. Ah, okay. Slow-Mo ganz kurz. Okay. Verstecke. Benutzer F dafür. Ach so, neben. Leise zu töten. Ja, ja, okay. Data habe ich verstanden. Sonst haben wir nichts mehr. Außer den anderen Codex noch. Ja. Davies. So. Okay. Ja, sie. Nice. Den haben wir noch? Qualifahrtswache. Okay. Gegner. Schwertkämpfer. Was ist das hier? Tipps und Schwächen. Die meisten Angriffe können pariert werden. Können schneller lediglich werden. Alles klar. Cool. Das ist nice. Dann machen wir weiter. Da wir so lange noch nicht zu viel frei haben, würde ich sagen, machen wir erstmal die Story weiter, bis wir weiter erkunden oder nebenbei erkunden. Gut. Das würde auch gehen. Jawoll. Oh, ich kann mich entscheiden. Sofort jetzt hier. Gut. Auf zum Mittelpalast. Ich habe mich. Oh, ich bin. Ich habe mich. Ich habe mich. Auch eine Sichtweise. Hm. Schöne... Schönes Ziel. Ja. Untertauchen. Dann zeig mal den Weg, den du kennst. Oh, ein Esel. Nimm meinen Bein nur so mal. Ah, da oben die Palme, die ungeknickt ist. So kommen wir rein. Seh ich schon. Zack. Ja, das ist bestimmt anstrengend, ey. Aha, damit weniger Wachen sind, richtig? Dann warten wir auf die Nacht. Dann sehen wir uns natürlich auch weniger, ne? So. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und erzähle mich, was will der Sache sein. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich habe eine gewisse Wache. Wenn ich dich nicht so haben, dann kann ich dir darauf sagen. Ja, willkommen. Stieh, warte was? Die zwei Möglichkeiten gibt es. Okay. So, Nia erkennt einen Weg, such einen anderen Weg hinein. Ah, wir könnten einfach folgen oder selber entscheiden. Da bin ich ja mal gespannt. Warte mal, gehen wir auf M. Warte mal, gehen wir mal runter. Geheime Eingang, ja, den müssen wir finden halt, ne? Boah. Jetzt müssen wir halt selber suchen, ne? Suche alleine einen Eingang. Wo ist die, die geheime Eingang? Alter Schwere. Was war das? Okay. Ja, ich bei mich schon. Ich glaube, das hat sie gemeint. Ich habe gar keine Übersetzung. Also noch folge ich hier, weil ich sehe keinen anderen Weg, der geheim einführt. Ich glaube, das ist vielleicht für den zweiten Playfro gut oder je nachdem. Ich gucke mich die ganze Zeit immer wieder um. Da ist eine Kiste. Ach, aber ich werde jetzt père. Ich kde mich mit. Okay. Okay, wir wollen nochmal einsetzen. Der hat einen Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir. Da hinten. Jetzt bin ich dran. Der hat den Schlüssel. Wir haben da einen fetten Hauptmann. Ich sehe den schon. Okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Oh, der hat drei Leute. Gehst du nach rechts, bitte? Danke. Also gut, dass er da stehen bleibt, meine ich damit. Sehr gut. Wir müssen ihn leise ausknocken und sofort in die Blumen werfen eigentlich. Hepp. Beziehungsweise schnell genug sein, ihn zu knocken, dass die anderen ihn nicht sehen. Ich könnte da reingehen. Nehmen wir mit. Hasenpfote. Als wenn er auf die zugeht. Du Sau. Gott, hab ich mich kurzer Schock. Gut, dass wir das Adelauge haben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Vorsichtig. Kissen nehmen wir mit. Und dann. Geh durch. Da ist er. Das geht natürlich auch so. Weil. Dann lassen wir keine Leiche. Nur der Schlüssel ist weg. Das ist natürlich schlauer. Du musst nicht jeden töten. Los. Speedy Gonzales. Wir müssen uns verstecken hier ganz kurz. Fuckin hell ey. Schade, dass man nicht so eine Undock-Animation hat an die Wand, dass man mehr mit der Kamera rumgehen kann. Und wir sind immer so rechte Schulter leider. Gut, Geduld. Bitte seh nicht hier durch. Die sind gerade sehr gut. Come on. So, geh schön nach rechts. Ich hätte auch natürlich auch da drin warten können. Aber ich finde es hier besser, weil dann kann ich schnell durch das Fenster abhauen, falls sie doch hier entkommen. Ich muss mal gleich ins Codex reingucken, was das für Gegner sind. Die haben eine fette Keule. Okay, und los. Ich höre mal ein bisschen Schiss, weil dieses weiße Zeichen gefühlt sagt mir, Junge, du wirst gerade gesehen. Wie schnell durch. Oh ja, habe ich. Okay, come on. Was ist da drin? Das ist ein Schwer zu Benni, der Sohn. Oh fuck. Und genau auf den stoßen, wetten wir. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Jetzt. Aha. Das ist ein Schwer zu über. Oh ja. Was ist da drin? Und da sind die Mose. Wenn Sie sich in der Zeit gelegt haben, dann kommen Sie zu dem Schild. Yo. Die waren noch im Trailer, oder nicht? Also, die Masken. The fuck? Sind das die Templer in der Zeit, oder was? Nee, nicht die Templer. Ähm... Absehbar? Das ist das. Wir werden uns mit uns zu tun. Wir werden uns mit uns zu bewegen. Geben Sie, Herr Schild. Ah... Können Sie mir eine andere Verkaufel? Oder Sie haben sie? Für die Hütte der Schild? Für die Hütte der Schild? Wir müssen uns wissen... Sie haben nichts von diesem. Und Sie haben nichts gesagt. Das ist das nicht wahr? Ja, sicher. Aha. Selbst der Anführer hier hat sofort Schiss. Ja, nun weitere Marionette. So. Junge. Okay. Aha. Ich hätte gerne ein bisschen mehr hören mit dem Adelaugaufzwecken. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wir sind hier nur einmal. Runter, Junge. Runter. Ich meine, er will sich nicht mehr hinsetzen. Hä? Ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Ah, ist das extra animiert, oder was? Das sind doch diese von den Sonnengöttern, die in den früheren Teilen... Ich kann mich nicht mehr hinsetzen. Ja. Du hast mich nicht mehr hinsetzen, was ich nicht mehr hinsetzen? Du bist du? Du bist du? Du bist du? Jetzt wird sie ihn killen, oder was? Der nächste Kill? Nee, ihr. Tja, und so haben sie den Anführer hiervon gekillt. Er hat sie gesehen. Oh, laufen. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Nee, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Laufen. Ach so, meine Güte. Lauf, Junge. Leck, mich am Arsch. Ich wollt nicht da lang, aber gut, ich nehm's mit. Boah, okay. Druck wächst gerade. Zack. Wir sind überall. Fuck my life. Renn, Junge. Renn. Erstmal schön weit weg. Bin ich weg? Okay, 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 okay. Wir sind nur Stroh. Ey, der Esel ist geil. Lauf zu reden, Junge, die zoomen uns. Du hast nichts gesehen. Okay, 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 okay. Ich glaub, das hört nicht aus, solange ich nicht weiter renne, wa? Gut, renne weiter. Kann ich auch mal in Rache springen? Kann ich schwimmen? Anonymität. Ich kann schwimmen. Oder fuck, das wollte ich gar nicht. So wie damals. Fuck, jetzt einfach noch alles greifen, was du siehst. Haben wir hier noch irgendwelche? Die sind überall. Komm, 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 das machst du gut. Komm weiter. Jawoll. Rein hier. Ich hab das Gefühl, sie hat es nicht ausgeschossen. Epp. Wahrscheinlich den Schatz bekommen, entflohen. Aber sie wurde gefangen genommen und er muss jetzt zurück. Bei uns ist das halt Magie gefühlt, ey. Schläft er jetzt ein? Gott. Junge, da willst du doch nicht schlafen, ist das... Du Scheiße, Junge, da... Ach, du Scheiße. Wir müssen weg. Ich bin im Moment. Ich bin im Moment. Ich bin nicht in mir. Ich bin im Moment. Wie ist das passiert? Das war nicht. Du hast nicht in deinem Moment. Ich bin nicht in deinem Moment. Ich bin nur auf einem Anfeuer. Ich bin in ein anderes Ort. Ich bin ein Herz. Und ich bin ein Herz. Und ich bin ein Herz. Ich bin dann der Hülle, mein Liefer, was ich an, ich habe einen Hüllen. Ich habe mich nicht für eine Hilfe gelesen. Ich habe einen Gelegenen. Ich habe einen Hinweis von dir. Was? Ich kann mich nicht in den Glauben. Ich muss mich ansprachen, aber nichts. Ich bin dieser Hülle, ich bin zu mir, die Hülle sind, die Hanbüfen. Das stimmt, holy shit. Und wann retten wir sie? Sie entkommen, sie nicht entkommen. Ja, scheiße. Und die anderen. Okay, pass auf, wir gehen direkt nach oben. Am besten hier lang. Wir sind hoch. Hopp. Boah, die waren noch genau da. Boah, die sind die Ball. Bleib auf dem Däch. Die sind auch auf dem Dächern. Wir müssen hier lang. Wir müssen weg. Zack. So, wir müssen rüber. Die Brücke ist jetzt... Nein, 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 nein. Die Brücke ist nicht gut. Wir müssen schwimmen. Okay, 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 okay. Geht ich schon hier? Nee. Haben sie die erhängt? Sie haben die Kinder und die Frauen erhängt. Alle. Nein, das war halt der Sohn, ne? Sein Vater wurde gekürt und jetzt gerade den Wut. Bassem. Tegennib den Nathar. Oh, das ist der. Oh. Oh. Da spricht die Wut aus. Sie sind weg. Geht weg. Oh, lau. Ups. Komm. Leck mich am Arsch. Geht zum Anleger. Schnell die Treppen hoch. Hey, sogar so. Okay, wir sind da. Da ist sie. Okay, sie ist auch geschwommen. Boah. Okay, die Musik ist ein bisschen laut, muss ich leise hauen. Boah, das ist heftig. Und sie ist ja schon älter. Eigentlich ist sie ja nicht mehr so beweglich wie die anderen. Oh, der Aussichtspunkt, der erste. Oh nein, nicht der Schatten. Und das war gerade mal das Tutorial. Wo sind wir jetzt? Oh. Keine Kleidung mehr. Ich sag doch den Djinn. Weg, 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 weg. Okay. Wo sind wir jetzt? Fuck, Alter, wie groß wird das angezeigt? Haha, raus und abgeschlossen. Ja gut, danke dafür. Aber, Junge, wie fett willst du es noch anzeigen? Muppi Soft, ey. Junge, Junge, Junge. Aller Mut, zwei Monate später. Eine neue Prüfung. Boah. Sind wir echt jetzt gerade an dem Ort angekommen, wo Alter hier war? Kehre zur Ausbildung zurück, ey. Zwei Monate Sprung. Ist gar nichts. Dann gehen wir weiter. Oh, Tiere. Gut. Gesundheit. Essen. Ah, können wir noch mehr essen? Komm mal kurz so. Vorne ist noch was. Genau, jetzt sind wir voll. Fokus. Aha. Cool. Da oben sind welche. Interessant. Epp. Geil. Ja. 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 Immer noch aber natürlich mit den Gedanken, dass so viele Menschen gestorben sind, weil er halt das geklaut hat, ne? Ich glaube, das wird er nie vergessen. Aber da kann man nur sagen, aus Fehlern lernt man sogar, wenn die so groß sind. Ui, die erste Robbe. Let's get it. Boah, viel flüssiger das Klettern als früher. Was natürlich auch so sein sollte. So. Kelsenklettern. Nicht nachlassen. Okay. Let's get it. Okay. Okay. Let's get it. Oh. 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 Let's get it. Oh. Oh. Boah, das war cool, die Ausbildung so zu sehen. Obwohl wir in zwei Monaten sprungen hatten. Mal gucken, ob wir zurückspringen. Der Ordnung, genau. So ist er eigentlich insgesamt. Wie ist er so? Ah, alles klar. Aber was ist jetzt mit Nihal passiert? Geht sie zu der falschen Seite? Oder kommt sie später hinzu? Oder lebt sie ihr eigenes Leben, ne? Ohne den Orden. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, suche Fulda auf. Da ist er. Da ist noch jemand. Okay. Mit wem sprechen wir jetzt zuerst, ist die Frage. Hm. Ich würde sagen, zuerst mit dem Offensichtlichsten. Hier und danach da. Genau. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Mal.